so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es die bröckhoff reaper habe ich schon mal aufgemacht wunderschöne böller im spanish cracker design gefallen mir unnormal gut hier vorne richtig schön zugebunden haben die größe von einem china cracker nennt man ihn noch also ich hab den namen vergessen auf jeden fall wenn ich mal nicht so unbedingt lauter sein also pyro cracker noch mal schnell hinten drauf hier haben wir an einem sechs gramm auf die 12 also 0,1 das steht auch hier 0,5 auf 1 effekt cracker und dann haben wir noch ein bisschen was auch toll nicht aber die haben wir noch was deutsches drüber geklebt also sehr cool ja sehen wir uns auf jeden fall gleich beim test der reaper von bröckhoff los geht's jetzt die reaper so sind die los jetzt kannst du mal gleich einen anzünden spanish cracker design na warte ich bin nicht flotte hindurch das gut geballert gucken was die können ey die fetzen die sind gut vielleicht noch einen hä der war richtig gut ja da war richtig gut aber ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020